Ich hoffe, ihr habt gestern alle in der Mitte und im Süden des Landes den Sturm gut überstanden. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar zu diesem Wetter gestern hier unter diesem Wetter-Video hinterlassen. Heute Morgen gab es stellenweise Schneeflocken bis in tiefere Lagen. Jetzt kommt erst mal der Vorfrühling auf Deutschland zu. Und dann in der zweiten Wochenhälfte, da könnte es noch mal kühler werden mit ein paar Schneeschauern bis in tiefere Lagen. Man kann zumindest sagen, wenn Winter hat, sich stets bemüht, auch wenn es am Ende wahrscheinlich ein extremer Mildwinter werden wird. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Die Ensemble-Prognose für diese Woche und die nächsten Tage, die zeigt diesen Knick hier bei den 2 Meter Temperaturen in der zweiten Wochenhälfte. Da werden wir deutschlandweit um die 0 bis 5 Grad bekommen, also nasskaltes Schmuddelwetter. Und besonders zum Freitag kann es oberhalb von 300 bis 400 Metern noch mal ein bisschen weiß werden mit Schneeschauern. Aber danach steigen die Temperaturen schon wieder im Mittel an auf Werte um die 5, 6 oder 7 Grad. Einzelne Ausreißer bei 10 Grad und auch der Hauptlauf ist mal wieder ganz oben mit dabei. Und noch ganz wenige Läufe gehen hier runter in den frostigen Bereich. Dazu auch immer wieder Niederschlagssignale. Das ist meist alles Regen, was da runterkommt. Und verbunden kann das Ganze auch mit Sturm sein. Ja, blicken wir mal auf die Wetterlagenkarte vom heutigen Montag. Und das Sturmtief Roxana ist abgezogen. Das brachte uns gestern ja in der Mitte und im Süden zum Teil schwere Sturmböen in den Hochlagen Orkanböen. Dahinter kam kältere Luft zu uns, nach Deutschland geströmt. Und diese kältere Luft, die bleibt uns nicht lange erhalten. Bis Mittwoch wird es deutlich milder. Zum Teil Temperaturen um die 11, 12 oder 13 Grad. Und erst in der zweiten Wochenhälfte wird es wieder kühler. Der Blick auf den heutigen Montag. Teilweise sind in der Mitte noch ein paar Wolken unterwegs. Hier und da fällt noch etwas Regen. Nach Norden scheint immer wieder mal die Sonne. Auch im Süden viele Wolken. An den Alpen kann es noch etwas Schnee geben. Und die Tageshöchsttemperaturen, die erreichen heute plus 3 bis plus 7 Grad. Es geht also recht mild weiter. Die Nacht zum Dienstag bringt meist viele Wolken. Zwischen dem Erzgebirge und dem Bayerischen Wald und den Alpen kann noch etwas Regen. In den höheren Lagen auch Schneeregen oder Schneefallen. Achtung Straßenglätte. Die Temperaturen sinken in der kommenden Nacht auf plus 3 bis minus 2 Grad. Hier und da kann es also glatt sein. Wobei es in den meisten Landesteilen eben trocken bleibt. Nur wie gesagt hier in östlichen Regionen und im Südosten, da kann es stellenweise noch etwas Niederschlag geben. Wir schauen auf den Dienstag. Der wird mild ausfallen bei plus 4 bis plus 11 Grad. Es gibt viele Wolken. Im Südwesten auch mal ein bisschen Sonnenschein. Auch der Mittwoch bringt verbreitet ein paar sonnige Abschnitte. Die Temperaturen steigen noch etwas höher auf vorfrühlingshafte Werte um 7 bis 13 Grad. Und auch der Donnerstag beginnt zunächst trocken mit Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen 5 bis 13 Grad. Aber zum späteren Nachmittag kommen kühlere Luftmassen hier im Nordwesten an. Die bringen Regenschauer mit und später geht der Regen in der Nacht zum Freitag auch nach und nach in Schneeregen. Und Schnee über, besonders oberhalb von 300 bis 400 Metern ist es nasskalt bei Temperaturen um die plus 2 bis plus 6 Grad. Aber zum Samstag und Sonntag beruhigt sich die Wetterlage wieder etwas. Und spätestens zum Sonntag steigen die Temperaturen erneut an auf 4 bis 9 Grad der Winter im Februar. Er kann sich also in den tiefen Lagen nicht etablieren. Dauerfrost und eine geschlossene Schneedecke bis ganz runter ist nicht in Sicht. Wir schauen auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Hier ist Deutschland am Mittwoch teilweise über 0 Grad hier im Südwesten. Nach Norden hin, da liegen die Werte in dieser Höhe um die 0 bis minus 2 Grad. Da kann es also vor allen Dingen hier im Südwesten mild werden mit plus 12, plus 13 Grad. Nach Norden hin kühler plus 5 bis plus 8 Grad. Die Temperaturen jeweils in 2 Metern Messhöhe. Und dann kommt der Freitag mit diesen Schneeschauern und Schneeregenschauern bis in tiefere Lagen. Und das liegt daran, dass hier aus Nordwesten nochmal sehr kalte Luft in der Höhe zu uns nach Deutschland vorstößt. Aber dieser Vorstoß ist nicht von langer Dauer. Wir schauen mal weiter auf das nächste Wochenende. Da kommen schon wieder hier von Westen eher mildere Luftmassen nach Deutschland hereingezogen. Und die Kälte in der Höhe wird aus Deutschland schon wieder verdrängt werden. Besonders spannend aber in dieser Woche wahrscheinlich der Freitag. Da kann es nochmal so richtiges Aprilwetter geben mit Graupelschauern, Schneeregenschauern. Sogar Wintergewitter sind möglich. Also Blitz und Donner und vor allen Dingen so oberhalb von 400 bis 500 Metern kann es auch stellenweise mal reichen. Dass es weiß wird auf den Wiesen, vielleicht auch auf den Straßen. Aber der ganze Spuk ist schnell wieder vorbei. Das Wochenende und der Sonntag besonders, die werden dann rasch wieder milder ausfallen. Wir blicken auf die Ensemble-Prognose bis zum 22. Februar, nicht bis zum 12., bis zum 22. Februar für den Norden des Landes. Erstmal dieser Wärmeberg im Verlauf der Woche. Dann wird es vorübergehend kühler. Donnerstag, Freitag, Samstag zum Sonntag wieder milder. Und dann bleiben die Werte meist um die 5 bis 8 Grad im Norden des Landes. Immer wieder gibt es Regen. Teilweise ist auch Sturm wieder mit dabei. Und auch im Westen des Landes geht es relativ ähnlich weiter. Erstmal dieser Wärmeberg zur Wochenmitte. Dann kühler Richtung Freitag und Samstag. Und danach steigen die Temperaturen schon wieder an. Und wir sehen, auch im Westen gibt es eigentlich kaum Berechnungen. Hier unterhalb der Null-Grad-Marke. Also selbst nachts ist Frost kaum ein Thema im Westen. Es gibt viele Wolken und immer wieder Niederschläge. Das Ganze fällt natürlich meist als Regen bei diesen Temperaturen. Und wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier das gleiche Spiel bis zum 22. Februar. Die milden Temperaturen, die halten wacker durch. Der kleine Temperatureinbruch hier am Freitag auch zu erkennen. Da geht es mal kurz runter in den nasskalten Bereich. Aber dann steigen die Temperaturen schon wieder an. Es geht weiter mit vielen Wolken, teilweise Regen. Die Schneefallgrenze liegt im Osten meist so bei 800 bis 1000 Metern. In den Niederungen also weiterhin kein Winterwetter. Wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier die gleiche Wetterentwicklung bis zum 22. Februar. Die Temperaturen auf relativ hohem Niveau. Auch hier gilt Donnerstag, Freitag, Samstag etwas kühler. Aber zum Sonntag steigen die Temperaturen langsam wieder an. Einzelne Ausreiser fast schon bei 15 Grad. Andere hier so ein, zwei Berechnungen bei minus 4, minus 5 Grad. Winterwetter, was sich etablieren könnte, ist auch hier im Süden des Landes nicht zu erwarten. Zumindest nicht in den Niederungen oberhalb von 800 bis 1000 Metern kann das schon etwas anders aussehen. Immer wieder Niederschläge unterhalb von 800 bis 1000 Metern. Meist nur als Regen. Darüber auch mal als Schneeregen oder als Schnee. Ja, gestern haben wir die Prognose gezeigt für Februar und zwar vom amerikanischen Wetterdienst. Jetzt schauen wir nochmal auf die ganz frische Prognose vom europäischen Wettermodell. Am 1. Februar ausgegeben und auch das europäische Wettermodell sieht einen sehr, sehr warmen Februar. Eine Abweichung von 1,5 Grad im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Das ist nicht nur in Deutschland, sondern von Westeuropa, Südwesteuropa über Mitteleuropa bis nach Osteuropa. Überall hier soll der Februar deutlich zu warm ausfallen. Interessanterweise hier im östlichen Mittelmeerraum sieht das alles etwas anders aus. Da ist es teilweise aktuell winterlich. Schneefälle gab es in Griechenland, in der Türkei, sogar rüber bis nach Israel. Jordanien hat es geschneit und diese Region soll eher einen zu kalten Februar bekommen. Also so ein bisschen verkehrte Welt bei uns hier in Mitteleuropa. Vor frühlingshaftes Wetter im Februar und hier im Südosten und Osten vom Mittelmeerraum da teilweise wirklich Winterwetter. Ja und was machen die Niederschläge im Februar? Auch die Europäer rechnen damit, dass der Februar wahrscheinlich in vielen Teilen zu nass ausfallen wird. Vor allem hier im Norden und im Osten, im Südwesten eher normale Niederschlagsmengen. Und auch hier in den Alpen soll es etwas zu nass werden im Februar. Und wir schauen noch mal rein in den Monat März. Auch der Monat März soll nach der neuesten Prognose der Europäer zu warm ausfallen. 1 bis 1,5 Grad zu warm. Die Abweichung und das eigentlich auch hier überall in Europa eher zu hohe Temperaturen im Vergleich zum Klimamittel. Und nur wieder hier teilweise der östliche Mittelmeerraum, der könnte punktuell etwas zu kalt ausfallen. Und auch hier der Norden Afrikas Richtung Ägypten hier teilweise deutlich zu niedrige Temperaturen für den Monat März. Also doch weiterhin eine sehr, sehr spannende Wetterentwicklung. Bei uns setzt sich nach und nach die wärmere Luft durch. Und wir bekommen wahrscheinlich in diesem Jahr einen verdammt frühen Frühling. In Sachen Niederschlagsabweichungen sieht der Europäische Wetterdienst im März insgesamt eher normale Niederschlagsmengen. Da hat NOAH eher einen zu trockenen März im Visier. Also da sind sich die beiden Wettermodelle noch nicht einig, wie es mit den Niederschlägen im März weitergehen könnte. Das war es vom Wetter am Montag hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Start in diese neue Woche.